hallo na wie geht es dir mein schatz du siehst fantastisch aus wieder freue mich schon mit dir anzugeben unterwegs ein halbes Jahr nicht gesehen und immer noch die liebe groß was ist denn da drin so ein Becher weggebracht ich bin so sauer ich mach dir noch extra jetzt ein Lutschen ein Lutschen für ein Ziel wie geht es dir denn gut wo ist mein Bett das ist unsere Puma Hülle was sagst du da muss ich jetzt mit dir zusammen drin schlafen ja klar ich habe eine Decke für uns einen Käse und das teilen wir uns du bist schnuckig du hast sogar nichts drin dabei ich bin romantisch geil ne teilen wir uns echt ein Bett da habe ich drauf gewartet du passt da sogar rein schwer aber du passt rein ja willst du jetzt einen Lütten machen ja willst du die ganze Zeit die Linse da in meinem Gesicht drücken oder was das ist Freude 2019 das letzte Mal aufs Hurricane gegangen und ich habe den größten Fehler gemacht ich habe Derry das mitgebracht und er zieht immer sein T-Shirt aus und dann sieht man immer scheiße neben André aus grundsätzlich also gleich einfach rutscht T-Shirt weg du musst da schon hingucken treu was suchst du die sind auf meinem Rücksitz ja aber hast du ja auch mein Sassi weißt du was einfach das Miese ist dass wir so einen Körper haben wir werden nie so aussehen wenn wir uns ganz doll anstrengen schon nein werden wir nicht weißt du nicht? ne guck dir den mal an zeig mal her den Berserker das ist professionell das macht er mit einem Arm guck dir das an wer ist Derry das? wer ist Derry das? ach da bist du ich erkenne dich nicht wenn du Klamotten anhast lauf 30 Meter vor du stellst uns in einen schlimmen Schatten stell der er stellt uns in einen schlimmen Schatten der Brecher hallo du hast wieder super schlechte Laune ich hab total schlechte Laune ich hab noch nichts gegessen wunderbar ich hab's gehört ich hab's auch vom Spieß holen dann auch nicht gepustet aber wollen sie mich lieben erinnert euch an den frischen Mann mit den Muskeln so wie ich nicht aussehe oder alle anderen auch nicht den haben wir verloren seit 10 Stunden ist er weg er hab ich gerade angerufen mit ich hab noch 1% Akku als ich gefragt hab Derry das wo bist du die Antwort auf den Hurricane danke Derry das du bist ein Brain äh sag mir da sie mich hierher immer wieder gerne wo warst du die ganze Zeit? wo ich war? ja überall und ich wo? aber ich hab halt ich hab halt auf Treppen gemacht so also ich sag mal eins oh ich kenn die Hüppe fett war da gegen ein Witz oh ich kenn die Hüppe fett jemand haben die gesagt ey können sie bitte gehen ich so warum ja wir haben nichts mehr zu planen hahaha 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 ARD Text im Auftrag von Funk